Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Leute, wichtige Ansage. Ich streame heute Abend um 17 Uhr wieder. Wir fangen an mit Reacts. Dann gibt es ein richtig krasses Community-Event, meine Freunde. Gucken ganz kurz, wie 100 Leute mit einem riesigen Tsunami in Minecraft umgehen. Danach noch ein bisschen Sky Factory und dann noch fortan mit Trimax und Romatra. Ehrenabend um 17 Uhr heute. Seid dabei. Ah, ich bin abgeschossen. Hab ihn. Hab beide, hab beide. Oh mein Gott, Alter! Ciao Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Und ich bin wieder nicht alleine. Sondern ich hab den süßen Ball im ganzen Universum dabei. Mepsi. Hi! Was geht, Digga? An der Stelle, meine Freunde, ich werde jetzt wieder öfters Fortnite-Content bringen, weil ich ehrlich bin, ich hab in letzter Zeit sehr, sehr viel Fortnite gespielt tatsächlich. Und Season Nr. 12 bzw. Season 11 ist es eigentlich. Season 11 aka Fortnite Kapitel 2 macht mir extrem viel Spaß. Deshalb, meine Freunde, auch hier wieder an euch der Aufruf. Creator Code Revenzeit, ihr wisst Bescheid. Let's go! Oh, bist du schon level 117? Ja, ich hab gelevelt. What? Wie das? Season Pass aufgekauft. Ah, so ein Ding. Ich mein, ich hab hochgelevelt, hochgelevelt, hochgelevelt. Papa, du willst mich farsch? Ja, wahrscheinlich, Maxify. Gut, Maxify und ich haben heute was ganz, ganz besonderes vor. Und zwar, meine Freunde, gibt es in der neuen Map bzw. in der aktuellen Map, so neu ist es ja nicht mehr, ein paar Spots, wo man sich richtig, richtig gut verstecken kann und ein paar Spots, wo man einen Gegner richtig nice one pumpen kann. Einmal in Swampy, äh, Swampy Swamp, 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 wie spricht man das aus, Maxify? Swampy Swamp, 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 Swamp. Es ist ein Sch**tnamen, verordnet, ändert das. Swampy Swamp, Swamp, Swamp oder Swamp? Da wo Schreck wohnt, Alter, hier. Slöpy Swamp, genau. Da sind ja diese drei Wasserfälle, meine Freunde. Da, an den Wasserfällen kriegt ihr bestandlicherweise Schild und Leben. Und wenn ihr euch in den Wasserfällen versteckt, meine Freunde, läuft der Gegner an euch vorbei und ihr könnt den easy one pumpen. Und es gibt noch eine extrem nice Müllcontainermeter. Bad. Die werden wir euch gleich zeigen und mal ein paar Gegner versuchen, pünktlich hier zu Halloween zu erschrecken und ihnen ein bisschen Streichel zu spielen, ein paar Pranks zu machen, Maxify, nicht wahr? Wir hätten Halloween-Skins nehmen müssen. Und ja. Ich glaube nicht, dass es auf Anhieb klappen wird, also da bin ich relativ skeptisch. Wir müssen erstmal eine Shotgun finden, das ist ganz wichtig, dann Müllcontainer und dann kiten wir den Gegner, meine Freunde, jetzt kommt es nämlich, kiten wir den Gegner durch das Haus und man kann tatsächlich durch ein Fenster in einen Müllcontainer steigen und dann ist der Gegner erstmal komplett verwirrt, weiß was abgeht, springt man raus, gibt den one pump, macht Losertanz, Runde gewonnen, easy win. Verstanden, oder, Maxify? Hört sich gut an. Ganz an deine Ecke, er schießt ab. Ah! Hier? Völlig lost, Digga. Das bist gar nicht du! Beile nicht, er wird mich töten, Maxify! Ah, ich dachte, das wärst du gewesen, ich Idiot, ich bin so dumm. Richtig. Bin ich so lost? Bin ich so lost? Gut, Leute. Schöne Runde zum Einspielen. Hä, wieso dachte ich denn, das wärst du? Okay, lass uns mal gruselige Halloween-Skins bitte anziehen, ja? Oh, der Hasen? Blimmer. Welchen? Guck bei mir. Oh mein Gott, der? Okay, auf geht's, Digga. Guck uns an, wie wir alles auseinandernehmen. Wir tun sie alle töten. Das sind nur Kröten. One pump. Are you ready to spook, my boy? Okay, let's go, let's go. Kommen wir da zu zweit rein? Jaja. Oh, Gemü... Oh, alright. Baby. Wollen wir kurz hier auf den Gegner warten? Jaja. Oh. Lass du dir auch? Soll ich mal einmal steppen? Soll ich mal kurz rausgehen, steppen? Ja, schieß mal. Oh, oh. Richtung Westen, guck mal da oben. Oh, ich würde ihn so gerne abschießen. Okay, er kommt. Er ist über mir. Kommt zu mir hier hin. Der ist über uns. Oh mein Gott, da ist er. Drei, zwei, eins. Nein. Let's go. Okay, Leute. Nice one. Das hat auf jeden Fall schon mal ganz gut geklappt. War nicht ganz das, was ich eigentlich intended hatte. Der sollte eigentlich unten sein, oder? Normalerweise, genau. Mein Plan ist eigentlich folgend am Exifire. Pass auf. Ich möchte eigentlich, dass der Gegner direkt hinter uns herläuft und wir uns im Mülleimer verstecken. Ich glaube hier vorne haben wir das sogar. Dass ein Mülleimer direkt an dem Fenster steht. Denn damit kann man sich direkt vom Fenster in den Mülleimer rein sneaken. Okay, zeig mir das. Ich glaube es war, es war auch weiter unten irgendwann der Map. Egal, wir finden noch einen Spot dafür. Wir finden noch einen Spot. Hä? Jetzt heißt es Gegner suchen. Oh, danke mich, ja? Oh, geil. Komm ran, du Sau. What? In dem Haus hier. In dem Haus ist unten ein Container. Direkt an dem Fenster. Pass auf, da kann man nämlich durchs Window in den Container reinjumpen. Und dann den Gegner wegspooken. Okay? Und dann versuchen wir es nochmal mit Swampy Swamp. Wir werden jetzt überall Leute erschrecken. Überall wo wir es verstecken können, werden Leute erschreckt. Okay? Swampy, Slurpy Swamp. Mann, Maxify, es ist wirklich anstrengend mit dir. Ich kann das ja nicht alles wissen, okay? Ja, okay, sorry. Wait a minute. Doch, hier. Hier ist es. Guck hier. Komm her. Guck mal hier. Achtung. Eigentlich möchte ich hier den Gegner nur reingebaden. Weißt du? Guck mal, dann können wir euch Folgendes machen. Durchs Fenster. Hast du gesehen? Oh. Und so können wir unsere Gegner wegspucken. Was? Ich meine, wow, crazy. Wow. Komm, lass uns Gegner anschießen und versuchen, dass die rüberkommen, okay? Ich glaube, wir müssen noch näher dran, oder? Über uns, über uns. Okay, komm raus hier. Jetzt laufen wir weg, komm. Aber wieso schießt der denn nicht? Ist der da? Warte, warte, warte. Doch, er kommt, er kommt. Okay, er revivet, der Ehrenlose. Warte, warte, warte. Ich kann seine Füße abschießen. Nein, 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 nein! Nein, ich will, ich wollte seine Füße abschießen. Ah. Selber schuld. Mann, so ein Bot. Was machen wir jetzt? Du, gieriger. Ja, okay, ich bring mich jetzt um, als Strafe. Ja, jeet. Aua. Tu deine Pickaxe weg. Man sieht dich sehr. Oh, guck mal, der hier ist noch besser. Lull. Oh mein Gott, man sieht uns gar nicht mehr. Ich glaube, dass sehr viele Leute auch im Pro-AM und so was... Also in der Pro-Reek. In der Pro... Pro... Wer ist das? Pro... Danke, ich kann nicht mehr reden. Tatsächlich, dass mit den Mülltonnen vielleicht sogar spielen werden. Ich finde das eigentlich eine ganz geile Meta, wenn das funktioniert. Ich meine, guck mal jetzt hier. Wenn du jetzt hier wirklich so... Hey, wo bist du hin? Hey, wie? Krass, oder? Hast dich erschrocken. Okay, Maxify, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ich berechne mal ganz kurz meine Koordinaten. Okay, es sieht gut aus, es sieht gut aus. Ich habe eine perfekte Landung, Maxify. Ich lande direkt auf dem Dach, okay? Auf dem Dach war das nicht da. Du hast recht, ja. Werde mir direkt... Entschuldigung. Eine Pumpgun... Maxify, du bist gut. Du bist sehr gut. Eine Pumpgun holen, okay? Da landet nämlich noch jemand bei uns. Ein Bot wahrscheinlich, aber es ist egal. Du ein voller Clip, Maxify. Oh mein Gott. Lass ihn kommen, lass ihn kommen. Wo ist der? Da hinten beim Haus seiner. Oh mein Gott, er ist direkt über mir. Da weißt du, dass ich lau bin. Ah, Maxify, Hilfe! Ich wollte gerade rein, ich wollte gerade rein. Er wird mich finishen, er wird mich finishen. Okay. Der wird noch gespooked, der wird noch gespooked. Siehst du ihn? Ich muss ihn töten. Ich muss ihn halt töten. Was soll ich machen? Wir haben da vorne auch noch Gegner. Alles ist offen. Ich will, dass er mir hinterherläuft. Kannst du hier herkommen und ihn vielleicht spooken, während er mich versucht zu finishen? Okay, kommt da. Geh vielleicht nochmal rein, schnell. Oh, da kommt jemand, kommt jemand. Ah! Schön! Schast du! Nein! Aber es hat geklockt. Okay, nächste Runde, Alter. Okay, aber das funktioniert. Hast du gemerkt, ne? Ja! Ich will eigentlich, dass der Gegner mir hinterherläuft und ich dann in die Container reinspringe und er nicht rafft, was abgeht, Alter. Egal, wir versuchen es nochmal, Leute. Wir geben nicht auf. Oh oh. Oh oh. Kommt schon. Mann, Jungs, als ob ihr so schissig seid. Was ist denn mit dieser Season los, Maxify? Alle haben Angst. Die haben Angst, gespookt zu werden. Da oben ist einer. Willst du nochmal locken? Ja, try ruhig. Okay, nice. Er hat mich vollkommen gelasert. Mich auch. Gucken! Ja! Oh mein Gott. LOLL! Hat er geklappt? Da ist noch einer, ne? Kriegste, hab ich extra gemacht. Uff, Alter. Das hat aber sehr gut funktioniert, Alter. Ja, ja. Stell dir vor, es wäre gar nicht unsere Fasse. Du hast so um dich rumgeplacet, ne? Aber es war geil. Genauso wie ich es geplant habe. Es hat ganz genau funktioniert. Das war ein sogenannter Ehrenspook, meine Freunde. So easy, wenn die Enemies hier weggespookt, Alter, das ist Halloween. What the f***? Er hat aber auch null damit gerechnet, ne? Ja, ja. Er hat komplett auf den Container gespammt. Aber es hat ihm nichts gebracht, weil ich einfach so stark gespielt habe. Leute, schaut's euch an, Mann. Ich sag's euch. Ihr unterschätzt die Mülltonnen nicht bei Fortnite. Unterschätzt sie einfach nicht. Der zwei Pumps im Grün. Komm her zu mir. Soll ich kommen? Ja, ich habe ja noch ein Mini für dich. Schnell, er schwimmt davon. Eklig, Leute. Brauche ich überhaupt ein Mini, wenn ich da drin bin? Müssen wir gucken, dass sie sich gegenseitig nicht... Oh, 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 oh. Merkst du die Fall? Geh in deinen Spook. Geh in deinen Spookspot. Bin in den Spookspot. Guts. Der wurde weggespooked. Aber sowas von. Ok, lass uns mehr Leute spooken. Let's go. Auf geht's. Es funktioniert wirklich gut, ne? Ja, ja. Kannst du kommen? Versuch nur dahin zu laufen irgendwie. Ich will sie nur dahin locken. Er ist bei mir. Hinter mir. Auf mir. Auf mir. In mir. Lauf, lauf, lauf. Noch ein anderer schießt auf dich. Du musst da weg, Revi. Soll ich kommen? Ah, ich bin los. Ah, 80er. Ich habe auch 0. Meinst du, er kommt? Oh, guck, genau unter uns. Genau unter uns. 120 und so. Sind da welche? Kommen die zu uns? Zwei Stück. Oh, die kämpfen gerade auf dem Wasser. Aber sind noch ein bisschen weit weg. Siehst du's? Vielleicht sind sie vielleicht den Beko, den ich hingelegt habe. Komm, ich nehme meinen Beko bei. Hab ihn. Ah, ich werde abgeschossen. Hab ihn. Hab beide, hab beide. Oh mein Gott, Alter. Das war eine Lust, Leute, ne? Maxify, Maxify. Wir beide sind die Spookmaster, Alter. Junge. Also Leute, jetzt kann mir keiner mehr sagen, dass das nicht OP ist. Tut mir einfach mal leid. Ne, tut mir leid. Ist einfach geil. Es tut mir einfach leid, ne? Es tut mir einfach leid, aber es ist geil. Das ist anders lecker hier. Junge, das war ein sogenannter Ehrenspook, meine Freunde. Ja. Aussteigen. Äh, easy. Den haben wir aber auseinandergenommen. Du, bei mir ist überlau, ne? Haben wir ihn fast down? Please. Ah, danke. Wollte nicht, dass du ihn bekommst. Hehehehe. Äh. Ne, bei mir sind ganz viele. Oh mein Gott, Digga. Was ist denn das? 17er Headshot, oder was? 17er Headshot. Lächerliches Game. Lächerliches Spiel wieder, Mann. 17, Mann. Auf den Kopf. Goldener Schuss und 17, oder was? Kannst du mir nicht erzählen, Mann. Ja. Durch die Wand. Genau. Guck mal, und er überlebt's auch noch, oder was? Oh, durch die Wand hat er bei mir geschossen. Ey, das ist so unglaublich lächerlich, Alter. Wie kann das denn sein, dass ich jemandem 17 in den Kopf gebe, Mann? Gut, Leute, ich bin an der Stelle wieder raus. Ich will doch kein Win mit Maxify spielen. Ihr habt gesehen, das funktioniert. Wenn das Game nicht so broken wäre, könnte man das hier auch an der Stelle gewinnen. Also, ich bin damit raus. Schaut gerne bei Maxify vorbei. Viel Spaß beim Leute spooken. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.